Diese Command dürfte eigentlich auch funktionieren. Da mache ich direkt jetzt mal Sachen draus. Ich sage einfach ich mache direkt Sachen draus. Ich mache vielleicht Sachen. Welcome back. Erstmal das hier wieder rein, das kommt da rein. Und da ist er wieder weg. Was kommt da rein? Für eine Minute gekickt, ja gut. Warum gekickt? Weil er früher zweimal geklickt hat. Ist das verboten? Nein, dadurch, dass ich dort noch einen zweiten Command hinzugefügt habe. Damit wir sehen können, dass der auch bei WI auf den Button drückt. Swam tut da gleich zwei Kommentare ausführen. Und da habe ich also auch vier direkt hintereinander ausführt. Ich brauche hier mal ein bisschen was davon. Und zwar dafür. Ach, das war jetzt ein Fail. Hier. Und hier. Kommt natürlich auch wieder. Ich brauche hier mal was. Und zwar. Ich brauche hier mal was. Und zwar. Das hier. Der Schädel ist trotzdem noch dunkel. Dann würde ich sagen. Mach mal das erstmal da drüben genauso. Vollständigkeit halber. Ja natürlich. Cooles Gamingzimmer. Langweilig. Langweilig. Ja. Fast ein. Ja. Heut das. Zeug. Ich müsste mal wieder ein neues machen. Dann. Mach ich wahrscheinlich auch demnächst. Ich weiß gar nicht wie es mal bei mir aussieht. Mit Room 2. Die Vorhine auch drin. Ist wahrscheinlich so alles zugestellt mit Pokémon Sachen. Das könnte passieren. Könnte. Ich sage könnte. Das ist auch so. Justin. Gib's doch zu. Ich kenne dich doch. Kann man fliegen? Aber ich muss sagen. Ich habe damals auch so gerne Pokémon gespielt. Und Super Mario vor allem auch. Also ich habe mit Super Mario angefangen. Und dann aber am Ende nur noch Pokémon gespielt. Weil ich wollte einfach jedes Pokémon fangen. Das kennst nicht. Oh ja. Das ist schon mal. Zu welchen Zeit alter? 151 oder 251? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich noch die Zeit. noch was. Mit der Smaragd Edition. Und wo man da. Ah. Noch was. Den Dings. Den Rayquaza noch klonen konnte. Und das ganze Zeug da. Und die ganzen. Da war noch irgendwelche super legendären. Irgendwie so. Ach. Wie hießen die denn nochmal? Diese zwei Dinger da. Die noch mit dabei waren. Latias und Latios. Da ist alles klar. Und da haben wir mal ein Glitch ausgenutzt. Irgendwie haben wir da zusammengespielt. Und dann haben wir ein Glitch ausgenutzt. Und dann hatte jeder vier von Latias und Latios auf Level 120 irgendwie. Die waren dann übel OP. Aber seitdem hat das Spiel dann keinen Spaß mehr gemacht. Natürlich ist das ja keine Anforderung mehr. Ja. Hm. Aber mir wird Diamant und Perl damals nicht anders. Obwohl das ist ja noch gar nicht so lange her. Kel, mich scheint uns zuzuschauen. Hm. Und dann haben wir immer Mario Kart gespielt, ne. Und dann weiß ich noch. Und dann war irgendwann mal so ein Fehler, ne. Und dann waren wir, weißt du. Dann haben wir halt gespielt, ne. Und dann haben wir uns nichts dabei gedacht. Gegeneinander, ne. Und mal dürfte ja eigentlich alles normal sein. Und dann war das einmal so, dass wir beide Erster geworden sind. Weil da irgendwie die Spielsynchronisation nicht mehr gestimmt hat. Und dann haben wir so beide so gewonnen. Haha, du hast verloren. Und so haben wir gesagt. Beide gleichzeitig. Und dann haben wir gesehen, dass wir beide Erster geworden sind. Da dachte ich mir nur so, alles klar. Kann man mal machen, ne. Mhm. Mhm. Äh, Nintendo und so. Ja, dann hatten wir irgendwann mal ne Wii und so. Mit Wii Sports und so dem ganzen Kram und... Was ist denn das? Nintendo hat es nicht so mit der Synchronisation. Äh, zumindest ist es mit den alten Spielen etwas weniger. Ja. Ja, mit den neuen inzwischen... Ja, mit den neuen inzwischen... Ja, mit den neuen inzwischen... Ja. Etwas größer. Und ich denke jetzt... Kann man das sogar lassen eigentlich. Aber vielleicht noch ein zweites Stockwerk irgendwann. Oder... Irgendwann und eins weiter oben auf jeden Fall. Aber das sieht doch schon mal ganz... Ganz okay aus, natürlich. Ja, meine Türen sind nun erweitert. Kommt die auch noch mal was hin? Haben jetzt willst du... Digga, ich hab noch nicht mehr Türen. Macht das eigentlich Sinn, ne Druckplatte hinzusetzen oder kann da auch ein Creeper-Monster mit rein? Äh, die können auch steilende Platten, glaub ich. Jaaa, die können nicht... Jaaa, das ist natürlich super scheiße, weil... Vorher waren es nur Holzdruckplatten, die die benutzen konnten. Was? Das wusste ich jetzt nicht. Ne, was... Ne, was nicht. Ich wechsle das grad mit... Items. Ah. Naja, wie auch immer. Ich mach da keine Druckplatte hin. Was? Nimm nen Knopf. Max, wann hast du vor mit Facecam? Was? Wann hast du vor mit Facecam rein? Digga, das will keiner sehen. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erstmal gar nicht. Das will keiner sehen. Ja. Das ist der Nachteil bei der Facecam. Ich hab ne Tür! Das will ich natürlich in einer Special-Folge machen, wenn wir mal... Ich sag jetzt mal, wenn wir auf irgendein Video, ähm... 20 Likes bekommen, dann mach ich das. In einer Special-Folge. 20 Likes auf ein Video? Ja, wir nicht. Ach komm, das schaffen wir. Weiß nicht. Ne Community? Das schaffen wir. Glaub fast nicht, wenn bei jedem Video nur einer zuschaut. Dann ist es ganz knapp, ne? Ja, wer redet von deinem Kanal? 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 Alles klar. Wer redet von deinem Kanal? Da hab ich ja nicht von geredet. Alles klar. Mr. Dragon. Mr. Olenstrecken LP. Gar nicht. Tritt direkt schon am Anfang, da bin ich so was von gar nicht begeistert hier, ne? Ich sag's doch nicht, wenn ich so eine Wusste bin. Du sprichst genauso wie Orange. Ne, Orange reicht Witz. Nein, nein, nicht du. Ich mein, Max hat grad einfach genauso gesprochen wie der. Ja. Niemals. Doch. Nein, ich ja schon. Ich glaub das war wohl geplant von dem. Natürlich. Ja, hinterher kann man das immer sagen. Ich hab's mal bei mir gefällt, warum hab ich... Was? Hab ich wirklich keinen Lock bekommen? Dann hab ich das weggelegt. Ich bin verwirrt. Ja. Ähm, Grati kann doch wieder dabei sein, ne? Mhm. Danach ein paar Bildern und so, ne? Spaß bei Seite. Lieber nicht, ne? Lieber nicht. Ein paar Bildern, wenn da aus Versehen schießt was Dreistes draufkommt, ne? Das kann schon mal passieren, das weiße. Das ist ein Element, den schau ich nicht an. Rux ist in seiner Hütte. Und da oben steht da und so, mir hab ich's gedacht. Wer ist denn eigentlich Kelmi? Was? Weißt du das? Kelmi, nein. Die schauen uns hier aber schön zu. Alles klar. Ach, die sind in Game Mode 3? Ja, überhaupt 11. Hier in dieser Welt sind normale Spieler eigentlich Game Mode 3. Jeder, der sein Game Mode nicht gesetzt hat. Und wird es nicht langweilig... Weil die fliegen hier rum. Heute nur zu schauen, zu triffen. Mal hier schön gefragt hier. Verlaumlosen, indem man Smiley hinterhängt. Hm, mach ich ne rote... Ja, komm ich mal nen roten Boden. Wir stehen hier... Wir stehen hier... Wir brauchen hier mal richtige Treppen. Aber darum kümmere ich mich jetzt. Ja, ich muss... Ich mach hier mal... Ich mach mir hier gleich mal alles richtig. Und ich... Nicht so halbherzig hingerutzt. Ja. Und ich muss natürlich mal ein bisschen Kohle farben hier. Das wird schon knapp wieder mit Kohle hier. Wir haben hier nur noch 14 Kohle. Oh... Das reicht für gerade mal so einen Stack mit Cobblestone. Zum Glück haben wir aber so viel Cobblestone, dass wir direkt den nächsten Ofen schon mal bauen können. Ich hab mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut. Wir haben ja auch endlich mal nen Dual Core. Da fängt das schon wieder an. Dennis und sein Octa-Core... Ne, Hexa-Core war das. Oder? Alles klar. Oder war das da zwischendurch ein Triple-Core irgendwann? Ne, das gab's auch. Das hab ich auch gebaut. Das war mal die totale Missgeburt. Die hat immer rumgeschrückt. Ja, Missgeburt. Das schau ich ja immer ganz ins Deck rein. Nein, das ist sehr interessant, was ihr da macht. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Der Vorraum hat ne gute Mittel. So, muss man so... Ich hab hier jetzt das nächste Problem, ne? Das Essen ist schon wieder alle geworden. Ja, ist bei mir schon die ganze Zeit einer. Äh, ich auch. Ich hab einfach nur so drei Keulen noch. Müssten wir vielleicht am nächsten Tag mal ein bisschen auf Jagd gehen. Ich mach jetzt hier mal schon mal ein Schwert. Dennis, sei froh, dass du dir überhaupt noch keulen kannst. Äh... Gut, kann ich auch noch. Ich hab jetzt verstanden. Sei froh, dass du dir überhaupt noch einen Keulen kannst. Hab ich auch verstanden. Das soll jetzt auch sein. Ja, alles klar. Bei dir weißt man immer nie, was du meinst. Dass ich so froh sei, dass ich wieder einen runterholen kann. Nein. Keule. Es gibt... Es gibt ja manche Menschen. Du hast doch Keulen erwähnt. Ja, Keulen. 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 Es gibt ja manche Menschen, die haben da ein Problem, ne? Weil wir irgendwas wegen Inkontinenz und so'n Volk gelogen sind. Ähm... Ja, wie war das bei Bugs nochmal? Was? Was? Ich hab jetzt nicht von mir gesprochen. Ich bin kurz weg. Ich mach hier so ne Übersicht. Boah, findest du das nicht auch kacke, wie schnell einfach Echse kaputt gehen?